... und den Stil. 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 Jetzt muss ich noch ein bisschen. So. Als Erste muss ich das Provisorium rausnehmen. Ja. So. 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 Dann spüre ich Druck, aber keinen Schmerz. Wenn ich nicht recht habe, müssen sie es sagen. Gut. Und jetzt... ...und eine leichte Spannung. So drehen. So. Jetzt spürt es ein wenig Druck. Aber keine Schmerzen. Ja. Jetzt ein wenig vorspannen. Mhm. 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 Ja. Der Schmerz bewegt. Der Schmerz bewegt. Der Schmerz bewegt. Der Schmerz löst. Er kommt. Der Schmerz bewegt. Ja. 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 Hopp So 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 So. Jetzt anhäcken. Gut. Einstellen. Und das hier einhäcken. Weißt du das? Ja. Jetzt können wir ein bisschen flütteln. Gut. So. Das darf man sehen, das ist ein bisschen getreut. Gut. Und jetzt kommt der Tanz. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020